Das Bewusstsein ist das Produkt des Verlangens. Das Bewusstsein ist ja immer wieder ein zentraler Punkt, mit dem wir uns auseinandersetzen können. Ich habe zum Beispiel, wenn ich es jetzt psychiatrisch anspreche, einen quantitativen Bewusstseinszustand. Dieser quantitative Bewusstseinszustand ist letztendlich, dass schlafe ich, bin ich ohnmächtig, bin ich im Koma, im Präkoma oder bin ich am Rande des Todes oder tot und damit ist das Bewusstsein erloschen. Oder bin ich eben wach, bin ich halb wach, bin ich, also Vigilanz ist dann die Wachheit, wenn wir es psychiatrisch ausdrücken, und ich kann sehr stark wach sein, ich kann hyperwach sein, also beispielsweise, wenn ich Koffein in mir habe, ich kann immer vollkommen aufmerksam sein, ich kriege alles mit in diesen Wachheitsgraden, ich bin geradezu auch überwach und es ist vielleicht dann ein sehr besonderer Bewusstseinszustand des sehr starken Wachseins oder des differenzierenden Wachseins oder eben nicht wach, unterwach, schläfrig und so weiter, somnolent bis hin zum Tod. Aber der Inhalt des Bewusstseins, das wäre jetzt psychiatrisch gesehen das qualitative Bewusstsein, Bewusstsein, also die Inhalte des Bewusstseins, die sind ja hier in erster Linie angesprochen. Und das Bewusstsein ist eben tatsächlich in dieser Aussage das Produkt des Verlangens. Bewusstsein rekrutiert sich tatsächlich aus dem Verlangen, das heißt aus unseren Bedürfnissen, aus unseren Begehrlichkeiten, aus unseren Begierden und damit aus unseren Interessen und daraus resultierend unseren Motivationen und daraus resultierend unsere Absichten und damit unsere Entscheidungen und damit eben unser Verhalten und all das, was unser Leben dann so ausmacht, wenn man jetzt das einfach erklärt in dieser Formation. Das heißt, Menschen werden von Hoffnungen, vor allem Ängsten, Vorlieben und Abneigungen oder Begierden und so weiter getrieben. Ich betone getrieben. Es ist tatsächlich eine Triebleistung. Insofern hatte Sigmund Freud wahrscheinlich recht, mit seiner Trieb- oder Libido-Theorie zu sagen, es ist ein Drive, ein Trieb, der uns treibt. Und der ist eben unwillkürlich oder vorgegeben. Das ist das, was das Leben so einfach entstehen lässt und sein lässt. Was einfach funktioniert, ohne dass wir etwas dazu tun mit unserer Denkleistung. Die Denkleistung ist dann natürlich auch sehr wichtig, aber es funktioniert von alleine. Es entfaltet sich buchstäblich. Es findet den Weg, meinetwegen, in die Geschlechtlichkeit und in diesem Interesse und all diesem Rudimentären, dem wir Vertrauen schenken können. Also das Vertrauen in dieses Getriebensein oder in diese Abneigung und Vorlieben, Ängste und so weiter findet geradezu statt, ohne dass du vielleicht beteiligt bist oder du dich vielleicht gar nicht beteiligen möchtest oder im Gegenteil sagst, hey, das ist mir recht, das kommt mir gerade vonstatten, damit kann ich leben. Also ein Mensch, der in einer reinen Ratio lebt und in einer reinen Vernunft, in einem reinen Vernunftinteresse, das gibt es möglicherweise gar nicht, aber ich mache mal diese Kombination, Vernunftinteresse, der ist mir überhaupt nicht denkbar. Und sein Bewusstsein ist gar nicht möglich, wenn dieses Rudimentäre nicht vorhanden wäre. Das heißt, wir können gar nicht mehr rein rational unterscheiden, können sagen, hier gibt es nur Ratio oder Vernunft auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Unbewusste, das Triebhafte, das entsprechend einfach so uns treibt. Das ist der Punkt. Sondern es ist ein Zusammensein dieser beiden Möglichkeiten. Aber das Bewusstsein an sich ist ein Produkt, ein resultierendes Produkt aus dem Verlangen, aus unserem Sein heraus, aus dem schieren Leben, wenn ich es ganz einfach ausdrücke. Und das Gedächtnis ist nicht das Gedächtnis tatsächlicher Tatsachen. Und wie oft versuchen wir uns zu überzeugen oder andere Menschen versuchen uns zu überzeugen, welche Tatsachen es gegeben hat und wie wichtig Tatsachen sind. Und ein Richter wird mir jetzt zustimmen, von Gericht her, vom Juristischen her zu sagen, wir brauchen Beweislasten, tatsächliche Dinge, die wir so anfassen können, die tatsächlich so geschehen sind, wo ich einer Zeugenaussage Glauben schenken kann. Und da wird es schon problematisch auch, ob es überhaupt Tatsachen an sich gibt. Und insofern unser Gedächtnis tatsächlich in dieser Aussage nicht das Gedächtnis tatsächlicher Tatsachen ist, sondern die Vorstellungen von Assoziationen, also Zusammenfügungen von Suggestionen und von Dramen, wenn wir es jetzt übertriebener ausdrücken. Und Dramen sind ja nichts weiter als rudimentäre Bedürfnisse, verpackte Bedürfnisse in Geschichten, die wir erleben, in Geschichten, die wir als Menschen inszenieren. Um es noch mal zu sagen, das Gedächtnis ist nicht das Gedächtnis tatsächlicher Tatsachen, die wir so ablegen im Gedächtnis und rational, rein rational verstehen, sondern die Vorstellung von Assoziationen, Suggestionen und damit Lebensdramen, die wir brauchen, um unser Leben und damit unser Bewusstsein zu ermöglichen und zu erhalten. Und damit sind wir natürlich bei solchen Begriffen wie Liebe und Bedürfnis, grundlegende Bedürfnisse, die wir haben. Alles ist aus Liebe gemacht, alles besteht aber aus Bedürfnissen und niemals eben, wie gesagt, einer reinen Ratio, einer reinen Vernunft, sondern sinnlich veranlagt. Das heißt, die Grundlage von allen Dingen ist das Sinnliche, das Empfängliche, das Begehrende und damit eben das Verbindende oder Zueinanderstrebende. Und insofern ist es ganz interessant, mal diese Überlegung zu machen. Was ist denn das Bewusstsein? Bewusstsein als Produkt des Verlangens. Wir verlangen etwas. Damit hängt ja zusammen auch die Erwartung, die wir haben. Und wie oft wird unsere Erwartung erfüllt und wie oft wird sie aber auch frustriert. Und dann gibt es vielleicht so einen Leitsatz, den man sich macht, weil es so problematisch sein kann, erwarte nicht, sondern lebe einfach nur, bewege dich im Leben. Es wird dich schon tragen, es wird sich schon entfalten und all das. Und dann hat man vielleicht nicht das Problem, dass man einseitig Dinge erwartet und damit eben dann frustriert wird oder eben Fürchterlichkeiten begeht, um dieser Erwartung Rechnung zu tragen, damit die Erwartung auch ein Produkt ist. Sondern wir müssen uns stets oder wir können uns stets darüber im Klaren sein, dass unser Bewusstsein immer das Produkt des Verlangens ist. Und insofern ist es interessant, sich eben auf der einen Seite mit der Ratio zu beschäftigen, also mit dem, was Geist ausmacht oder das Geistige an sich ausmacht und auf der anderen Seite eben das Rudimentäre, was Lebendigkeit überhaupt erst erzeugt und ermöglicht und zufriedenstellend macht oder immer wieder befriedigt in dieser Sinnlichkeit. Das ist schon sehr interessant, sich ab und zu damit auseinanderzusetzen. Das Bewusstsein ist das Produkt des Verlangens.